Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal StandoGaming. Eigentlich hätte ich hiervon schon ein Video gehabt, also wie ich das den Anfang hier gebaut habe. Allerdings gab es irgendwie Probleme. Und ja, deswegen muss ich dann halt jetzt nochmal nehmen. Ist hoffentlich aber nicht ganz so schlimm, dass ich hier schon ein paar Dinge habe. Zum einen habe ich hier den hier. So, damit kann ich Geld verdienen erstmal. Und einen Rennen machen. Beziehungsweise, ich kann mal gucken, ist hier irgendeiner gerade der... Ne. Ja gut, dann brauche ich das auch nicht machen. Wir können ja hier mal ein bisschen rumfahren, weil dann verdienen wir Geld. Ich hoffe, der Sound ist nicht allen so laut. Ach, das ist auch so eine Rennstrecke hier anscheinend. Ich habe einfach einen Dingsflip gemacht. Und dann fahre ich hier mal durch. Okay, das war knapp. Dann fahren wir hier einmal rüber. So. ok also hier fängt es an irgendwie okay ich habe komplett verkauft muss ich hier lang ich habe keine ahnung ich denke eher nicht aber ich fahre hier mal lang naja komm ich war jetzt erst mal wieder nach mir so also badezimmer 20 warte wir können ja mal von unten nach oben machen so habe ich kein geld mehr doch eine küche können holen teppich jetzt muss ich sparen wieder ok dann mache ich das ich fahre wieder mit dem auto johann aber ich will unbedingt wissen wie man das denn hier fährt so ok ich weiß nicht wo man wo ich hinfahre so ich bin jetzt irgendwo anders gelandet ich habe keine ahnung wo auf jeden fall mir irgendwo anders gelandet ok ich war einmal gerade auch so weiter hat er wunderbar geklappt würde ich sagen auf jeden fall wunderbar geklappt also eigentlich macht man das mit jemand anderes aber ich mache es alleine weil irgendwie keiner ein rennen haben will wow das ist auch so eine rennstrecke anscheinend warte mal kann man hier auch das ist rallye das ist straße das ist polizei warte was ist denn polizei ok ah jetzt will einer ein rennen machen jetzt will einer ein rennen machen zu dritt machen wir jetzt einfach ein rennen so scheiße verdammt ich habe hier gerade festgehangen ok 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 ja ich habe es geschafft auf jeden fall ich bin gerade erster so ah so ok fast falls ihr übrigens hintergrundstimmen hört das ist mein bruder der mich nervt ja weil ich nur bemerkt haben weil man ihn wahrscheinlich hört weil er so laut redet und nicht hört deswegen entschuldigt mich ich glaube alle haben irgendwie verlassen oder ich aber egal so so ich habe irgendwas geanlockt gerade so okay jetzt habe ich 119 das heißt ich könnte wieder zurück erstmal fahren um geld auszugeben so ey warum rollt das denn einmal weg so kerdeverkauftisch plattform 4 parklasmöbel garagen garagen tor ich fahr jetzt einfach weg eben kurz eine runde drehen so leicht tricks man die aus so also ein paar platz vier habe ich jetzt allerdings kann ich keinen auf dem vierten packen ich habe noch 40.000 noch 40.000 noch 40.000 ah den hier ok dann kann ich den hier drauf packen gut und damit würde ich es auch belassen wenn es euch gefallen hat lasst ein like und abo und einen kommentar da mich hat es gefreut dass ihr mir hier zuschaut und wir sehen uns im nächsten video wieder hauen wir mal wieder ciao 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 ciao